Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlich willkommen zum Wintersemester 2022-23 hier an der Universität Potsdam. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich gleich vorweg unsere neuen Studierenden, unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es freut mich Sie an der Universität Potsdam willkommen heißen zu dürfen und ich hoffe sehr, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hochschulen weltweit bewegen sich derzeit in schwierigem Fahrwasser. Erst kam Corona, dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und nun haben wir auch noch mit stark angestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Gleichwohl planen wir das Wintersemester in maximaler Präsenz durchzuführen, wobei wir, das ist das Zugeständnis an Corona, an der Maskenpflicht festhalten werden. Wir wollen alles daran setzen, dass Sie die Universität Potsdam als Ort der Lehre und der Forschung vollumfänglich nutzen können. Für ratsuchende ukrainische Studieninteressierte, Forschende und Lehrende haben wir eine Internetpräsenz eingerichtet. Und auf die aus dem Krieg resultierenden Auswirkungen auf die Energie- und Gasversorgung reagieren wir mit zahlreichen Maßnahmen wie reduzierte Raumtemperaturen, verkürzte Tagesheizzeiten, der Austausch von energieeffizienten Geräten und Leuchtmitteln sowie Notpläne für den Extremfall. Gleichwohl noch einmal die Zusicherung. Unser Ziel ist, die Präsenzlehre und auch die praktische Arbeit im Labor nicht ohne Not wesentlich einzuschränken. Ansonsten steht für Sie im Wintersemester wieder ein breites Angebot an studienbegleitenden Projekten und Aktivitäten bereit. Da gibt es hier am neuen Palais den NIL Studentinnen- und Studentenkeller, der nach über drei Jahren wiedereröffnet wurde, von Studierenden für Studierende organisiert wird. Es gibt unser europäisches Allianzprojekt EDUC, European Digital University, das für viele Studierende und Studierende Austauschmöglichkeiten mit unseren Partnern im europäischen Ausland bereithält. Auch der gemeinsame virtuelle Campus wird in den kommenden Semestern weiter ausgebaut. Wir planen auch im Wintersemester wieder zahlreiche Veranstaltungen zu den wichtigen Themen Gleichstellung, Diversität und Rassismus, so unter anderem eine Podcast-Reihe. Unser Hochschulsport ist auch bereits wieder voll im Einsatz. Buchungen für die diversen Angebote sind seit dem 11. Oktober möglich. Diesmal nach Corona erstmals wieder in der ursprünglich gewohnten Vielfalt und thematischen Breite. Schließlich darf ich Sie noch sehr herzlich zur feierlichen Begrüßung der neuen Studierenden am kommenden Montag, dem 17. Oktober, ab 18 Uhr in den Potsdamer Nikolaisaal einladen, sowie zum traditionellen informellen Semesterauftakt Warm-up, am Donnerstag, dem 20. Oktober, ab 18 Uhr in der Schiffbauer Gasse. Ein weiterer wichtiger Termin für 2023 ist der Neujahrsempfang der Universität am 25. Januar des kommenden Jahres um 17 Uhr auf dem Campus Griebnisseen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und uns noch viele interessante Begegnungen im Wintersemester und viel Erfolg für die anstehende Forschung und Lehre. Dear Students, Dear Faculty, Dear Colleagues, Welcome to the Winter Semester 2022-23 hier at the University of Potsdam. Right at the beginning I would like to extend a particularly warm welcome to our new students and our new staff members. I am very happy to have you here with us and I very much hope that you will feel at home here at the University of Potsdam. Ladies and gentlemen, universities around the world continue to navigate troubled waters due to the current global crisis. First we had Corona, then we had the Russian war against the Ukraine, and now as a result of the war we have energy prices that literally make us shiver. Nevertheless, we intend to offer you as much in-person teaching as possible. The sole concession to Covid is that we still require you to wear a mask throughout the winter semester. We are following the dire situation in Ukraine with great sympathy and we have set up a website for Ukrainian students and faculty to help. We are resorting to numerous measures to address the effects on energy and gas supplies resulting from the war, including reducing room temperatures, shortening the times of day in which we heat buildings, installing energy efficient devices and lighting solutions, and being ready with emergency plans for worst case scenarios. However, let me assure you once more, our goal is not to impose limits on in-person coursework and not to impose any limits on practical work and laboratories. So you can use the university infrastructure as you see fit for your teaching and for your research. To conclude, let me point out to you a couple of activities and events that may be of interest to you during the upcoming semester. On the one hand, we reopened our NIL student cellar here on our campus am Neuen Palais. It has been closed for three years. Now we reopen with many activities that are of interest to many of our students. Partying, sports, music, all this will take place in the new NIL Keller. Please stop by. Our European Alliance project, European Digital University, EDUC, is also making great progress and will be able to offer many of you opportunities for exchanges with our European university partners and for expanding the joint virtual campus with those partner universities. We are also planning several events on the important topics of equal opportunity, diversity and racism, including a podcast. And I'm happy to announce that we will be able to offer you again a broad range of sports activities with our university student sports association, where you can book specific programs starting October 11. Finally, I would like to invite all of you to the celebratory welcome of our new students on Monday, October 17 at 6 p.m. in the Nikolaisaal in Potsdam, as well as the traditional informal semester kickoff event Warm Up on Thursday, October 20, also at 6 p.m. at Schiffbauer Gasse. And if you want to plan ahead, please pencil into your calendars January 25, 2023 at 5 o'clock at Greenwich Day, we will have our New Year's reception. I'm looking forward to seeing many of you in person on our campuses and to working with you in research and teaching. You're goofing down with your OFFICI building. I'm looking forward to seeing many of you in the future.